Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was macht der denn da oben? Also grundsätzlich kann ich mich über diese Sache hier gar nicht beklagen. Ich habe hier wirklich eine tolle Aussicht. ich habe hier auch alles was ich brauche da hinten sind diese dieser mischwald dann habe ich hier den urwald bäume also von den rohstoffen her ich könnte mir auch gut vorstellen dass ich wenn ich in die höhle da gehe dass ich da ordentlich was finden werde schon eine geile sache da oben einer da einer leute leute ich hab's aber hier mit mit links zu tun ein ocelot gucke mal an wo willst du denn jetzt hast jetzt angst ocelot ja ja was machen wir denn hier jetzt haben wir hier noch eine druckplatte hin jetzt komme dann geht wenigstens die tür automatisch zu jawohl ok hier können wir ja auch noch ein paar kisten so ich sag jetzt mal 246 das habe ich aber nun mal nicht gerne ja da muss ich mir auch noch was einfallen lassen ich bin der meinung wir sollten jetzt so langsam mal die brücke bauen scheiß was drauf brücke ist super brücke ist super brücke ist super mal gerade einen schluck trinken ich finde das eigentlich geil wenn man jetzt hier so rauskommt und dann so hier fängt die brücke so ungefähr an da muss ich da unten da mache ich dann mit holz oder sowas mache ich dann mit so eine treppe nach unten das wäre doch was und dann machen wir hier so die brücke auf der brücke das machen wir dann mit slabs das problem wird sein das ist . . . . . . . . . Hmm. . Machen wir das jetzt alles tiefer? Oder wie wollen wir das machen? . 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 was sind das tropenholz fichtenholz fichtenholz was ist das fichtenholz bretter die sind ein bisschen blöd glaube ich fichtenholz bretter ich will mir die mal gerade angeschaut also ich glaube die muss ich mal demnächst von von der art und weise ja mal ein bisschen ändern textur her das problem ist bei diesen fichtenholz bretter ich die jetzt hierhin mache komisch aus irgendwie so die bretter so ich könnte mir vorstellen dass ich hiervon haben wir denn noch einen normalen eichenholz da haben wir noch ein paar eichenholz bretter eichenholz 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 jawohl machen wir uns erst mal ein paar treppen ein paar slabs mal gucken ob das alles so wie ich das jetzt mit vorstelle so ein mist so ein bisschen eingeschickt leute ich brauche noch eine kiste hier kann man eine doppelkiste einfach mal hierhin gemacht kann man aber ein bisschen was los werden hier was man jetzt nicht brauchen fichtenholz brauchen wir nicht diese shit machen wir auch nicht hatte mal slabs wollte ich auch mal machen ich wollte mal gucken wie das mit slabs aussieht 24 24 36 mal ausprobieren da machen wir da auch noch kies dann dahin um einmal zusehen dass man jetzt erst mal ein paar treppen hinbekommen 35 16 19 20 22 22 muss ich die mir da reinziehen und kommen dahin und dann schnarchen gehen und kurz nächtig gute nacht jawohl jetzt muss ich das aber hier bis hier vorne hin durchziehen oops wie ist denn das Hallo, hallo, ich begrüße euch. Der Master Black Sheep ist gerade gekommen. Hi. Und ja, ich bin in der Aufnahme, aber das macht ja nichts. Ach so. Ich bin gerade hier in Minecraft, weil ich da unbedingt wieder Lust hatte, weiterzuspielen. Ah ja. Und ich war alleine und da habe ich einfach gedacht, komm her, dann drückst du auf den Aufnahmeknopf. Ja, ich dachte mir, der Alf sitzt so einsam da in seinem Channel, guckst du mal rein. Ja, ich bin bei mir da jetzt weiter am Bauen. Ich habe jetzt meinen Keller so ein bisschen ausgebaut. Naja. Bin halt noch so ein bisschen am Probieren. Alles gefällt mir noch nicht so, was ich gemacht habe, aber du weißt ja selber, man hat dann immer irgendwie was noch zu tun. Ja. Das gefällt mir jetzt auch nicht. Oh, das gefällt mir wirklich nicht. Nee, 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 nee. Da muss ich immer ein bisschen Erde noch hinhaben. Und was gibt es Neues so? Oh, nichts Besonderes. Also, ich habe ja jetzt in letzter Zeit auch sehr häufig mit dem Team Wolf Taviana gespielt. Also in DZ, ne? Ja. Und da haben wir jetzt richtig schon viele schöne Fahrzeuge zusammen, also. Einen Hubschrauber, den kann er auch schon ganz gut fliegen. Ah. Also, es macht richtig Spaß, also Taviana ist schon eine geile Map auch. Ja, gut, ich bin ja jetzt erst einmal da gewesen zum Gucken. Aber ich hatte auch nie irgendwie jetzt einen getroffen, der auch am Zocken war, deswegen. Alleine mache ich da irgendwie nie, habe ich keinen Bock da drauf. Ja, alleine kann man DZ auch nicht spielen, alleine schon wegen den Gefahren, die da auf einen warten, ne? Ja, genau. Ja, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das jetzt mache. Wie komme ich jetzt wieder da hoch, verdammt? Ah ja, so. So doch nicht. Ah. Ups, jawohl, genau. Fall runter. Gut, dass es nicht ganz so tief ist. Warum wir uns so hoch? Kommen wir jetzt dran? Natürlich nicht. Ach. Ist dumm halt. Und was macht der Haudi so? Äh, ja. Gute Frage. Weiß ich. Was macht der denn, wie war dein Lehrgang, fragen wir uns mal so rum? Der war ziemlich lustig. Ähm, ja gut, es gibt da immer irgendwelche Neuigkeiten, was wir da haben und, aber leider auch viele uralte Scheiße, weil das ja mit zum Lernmaterial gehört. Da muss man dann solche Sachen auch noch abkauen, aber ansonsten geht das schon. Oh, der hat mir ein Loch gerissen. Ha, scheiße. Na ja. Hat mir aber auch voll einen weggerissen hier, der Hund. Den habe ich erst zu spät gehört. Ha. Ich glaube, ich hätte ja mit dem Haudi angefangen, dieses Rame.